Und es geht los. David Molter kommt zurück. Ja, wir haben das gemacht. Auf geht's. Auf geht's. Noch früher werden wir mit dem Augenstieg. Ja, Schaffenberg auf zwei, Molter auf drei. Dahinter Mike Rüll, Michel Liedtke und Daniel Bild. Und Daniel Bild, auch einer der Kandidaten, die normalerweise immer um den ersten Platz mitfahre, der schießt sich da in den Wald. Ich denke, man kommt da selbstständig nicht mehr raus. Ja, Daniel Bild ist von der Strecke. Kevin Augustin, Stefan Schaffenberg, der hier für den MSC Möll startet. Dann David Molter aus Hamburg mit seinem Peugeot 205. Dahinter Mike Rüll und die 17, das ist Michel Wiedtke aus Hamburg. Wir sind hier kurz vor der Zeit, aber ist hier der Gang rausgeflogen. Und das ist natürlich ärgerlich, weil er kämpft, die Wittmühlenzügel. Na den Ich bin mir nicht mehr. Denn A Man Das ist Da Ich bin Ja, Mike Böhl stellt sein Auto auch ab, nee, er fährt weiter, ist da nur ins Weiche reingekommen. Wir haben noch in Führung, Stefan Schattenberg auf 2, David Molter hat eben auch leichte Probleme, ist jetzt dahinter auf Platz 3, Michel Liedtke ist aber schon dran, ein David Molter. Zweifel für Kevin Augustin und für den zweiten Platzierenden Stefan Schattenberg. Stefan Schattenberg Stefan Schattenberg Stefan Schattenberg Stefan Schattenberg Ja, mein Kröhl ist jetzt ganz locker, wenn wir das nicht angehen. Und die letzte Runde. Das Weichen für Kürbel-Age-Stuhl und Stimme an Schaffenwerken. Auch drei immer noch David Molter. 69. 70. Und hier sind wir. Ja, blaue Flagge für Mike Röhl, das heißt die Spitze kommt und er muss überrunden lassen. Das hat er auch sauber gemacht. Die Kürbel-Age-Stuhl in diesen ersten Vorlauf vor der Startnummer 10 vor Stefan Schaffenwerken. Genau. Applaus für den zweiten Platzierenden. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja.